Meine Lieben, hallo! Es ist Samstag und ich habe den Sonntag vorgezogen, das heißt, ich hänge hier im wahrsten Sinne auf dem Campingplatz rum, gerade in meiner Hängematte und ich nutze den Tag, um alle meine Akkus aufzuladen, weil es ist alles leer und dazu brauche ich einfach den ganzen Tag. Und deshalb gibt es für mich Siesta und heute nicht wirklich was Spannendes zu erzählen. Außer, dass sich einfach tolle Leute um mich freuen haben, also so allgemein. Das muss ich mal wieder so sagen. Tja, dann in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dann! Tschüss! Tschüss! Tschüss!